Die Menschen werden ewig zu den Sternen hochschauen. Und das tun sie immer aus dem gleichen Grund. Wieso? Um zu erkennen, wo wir hingehören. Hey, du musst noch deine Hausaufgaben machen. Vielleicht kann Angus dir dabei helfen. Angus, komm her! Man verlangt nach mir. Heute Abend in unserem Studio. Milliardär Marcus Brown. Und jeder verdient die Chance, seinen Traum zu leben. Wir ziehen zwölf Namen aus dem Lotteriehut. Und das Publikum stimmt ab, der mich auf dem ersten kommerziellen Raumflug begleitet. Altersbeschränkung 18 bis 65. Du siehst aus wie 65. Leiden Sie an Herzproblemen. Nein. Du hast dich beim Wettbewerb angemeldet? Die Finalisten im Ventura-Weltraumwettbewerb. Conor Cranston, Adrian Chimeneady, Angus Stewart. Du wirst ein Astronaut. Kann ich auch? Was? Zeit zu fliegen. Weil ich keine zweite Gelegenheit bekommen werde. Und ich wäre ein verdammter Narr, wenn ich sie verstreichen ließe. Du schaust das. Ich weiß es. Mein Dad. Und fragte ihn, er wusste es. Angus wird Astronaut. Ängus! 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 Untertitelung des ZDF, 2020